Die Riding Dudes Geht schon langsam in die letzte Runde Ihr habt so ein sehr langes Wochenende von euch Ich hoffe ihr habt genau so viel Spaß wie wir es heute gehabt haben Und ich stelle jetzt nochmal die hübschen jungen Männer vor meiner Seite Am Schlagzeug Mr. Danny Schwarzinger Steh mal auf, so gut stehst du Leider heute nicht sehr gut zu sehen Unser einziger Maturant Mr. Roman Nierenbeiß Der Mann der jeden Barber zur Verzweiflung bringt Unser Mr. Niklas Duggenan Dankeschön Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich Ron Glaser sind Elvis Presley hören Mr. Ron Glaser Und der ist bei mir der Mann für die Tiefenturle Der die meisten aufhören Der ist die meisten aufhören Und der ist Mr. Banshee Und der ist die meisten aufhören Und der ist die meisten aufhören Der ist die meisten aufhören Der ist die meisten aufhören Und der ist die meisten aufhören 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 Unterricht Vielen Dank.